Hallo Leute, heute Partialbruchzerlegung ist immer ganz wichtig in der Regelungstechnik, sprich Laplace-Transformationsgeschichten kann man es immer gut brauchen, deswegen machen wir hier wieder ein Beispiel. Also das wollen wir hier zerlegen in die Faktoren A durch S plus 1 plus B durch S plus die 2. Ja, wie funktioniert das? Wir multiplizieren hier mit diesem Nenner wieder beide Seiten. Dann haben wir hier 1 ist gleich A S plus 2, das S plus 1 fällt ja hier dann weg, plus B S plus 1 auf dieser Seite. So, dann wählen wir hier ein S geschickt, hier zum Beispiel minus 2, weil dann fällt das hier weg, weil wenn ich hier minus 2 1 setze, dann minus 2 plus 2 ist 0, fällt weg. und hier habe ich B minus 2 plus 1 und ja, das ist minus 1 plus 1 ist B mal minus 1 und das ist minus B. Und sozusagen kann ich jetzt wieder schreiben, minus 1 auf die andere Seite, B ist minus 1. So, dann S ist gleich das nächste. Hier, S ist minus 1, dann habe ich 1 ist gleich A minus 1 plus die 2. Das hier fällt weg, wenn ich hier minus 1 entsetze, weil minus 1 plus 1 ergibt die 0. So, dann bin ich hier bei A und hier habe ich mal die 1, weil minus 1 plus 2 ergibt die 1. Und dann kann ich sagen, okay, A ist gleich die 1. So, dann kann ich das hier oben einsetzen, 1 durch S plus 1 minus 1 durch S plus die 2. Und voilà, so habe ich hier meine Partialbruchzerlegung durchgeführt. Ja, so einfach ist es und so schön ist es auch noch. Und wenn es euch auch so gut gefallen hat wie mir, würde ich mich über einen Daumen hoch von euch freuen. Ja, abonniert meinen Channel, wünscht euch noch einen schönen Tag, euer Elektro-Technik in 5 Minuten. Ja, abonniert meinen Kanal. Ja, abonniert meinen Kanal.